Okay, das hätten wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir aber erstmal diesen Stein da wegkriegen. Also diesen, das machen wir dann einfach mal so. Dann müsste theoretisch der jetzt so laufen. Gut, und wir müssen jetzt den da hinsetzen. Wir setzen den da hin, dann haben wir den da. Und dann setzen wir den blauen da hin. So, und der müsste theoretisch jetzt uns den runterbringen. Dann gehen wir auf den. Und theoretisch müssten wir dann den da hin. Warum machst du mir das Leben so schwer? Bescheid. Ja, es war, es ist leichter als es bei der letzten Aufnahme aussah. Also, ich habe mir da viel zu viele Gedanken gemacht. Also, sorry nochmal, wenn das bei der letzten Aufnahme so beschissen gelaufen ist. Wenn man sich Tipps holt, beziehungsweise sich irgendwo hin einliest, wie man es machen könnte, funktioniert es doch relativ einfach. Also, wir haben gesehen, innerhalb von nicht mal zwei Minuten. Gut, wir hatten bei der letzten Aufnahme auch schon einiges vorbereitet und so ist es nicht. Aber war doch relativ schnell. Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrecht zu erhalten. Ja, das haut man sowieso hier mal draus. So, wie es hier aussieht. So. Schauen wir einfach mal, was wir jetzt erleben. Beziehungsweise, wo wir jetzt hinkommen. Wie leicht es wird, beziehungsweise wie schwer das wird. Ja, besser als beim letzten Mal kann es jetzt echt nicht werden. Ach, meine schöne Anlage. Du hast sie doch kaputt gemacht. Oh, voll. Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung. Kernüberhitzung. Kernschmelze. Er kann seinen Job behalten. Ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Gut. Gut. Jetzt... Wie kommen wir jetzt hier rüber? Es gibt weder Lichtbrücken noch Lichtschranken. Beziehungsweise Lichttunnel. Energietunnel. Da sind Laser. Sieht interessant aus. Setzen wir mal irgendwo ein Portal hin. Also, so viel weiß ich, dass man irgendwie noch so einen Spiegel... Würfel brauchen. Das weiß ich. Ja, oder? Der ist ja da oben drin. Wie kommen wir denn jetzt? Irgendwie? Das müssen wir ja irgendwie bekommen. Setzen wir mal kurz ein Portal und kommen wir das mal von da an. Gut. Wir müssen erst mal irgendwie da hinkommen. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Schau mal, uns das mal an. Das ist nichts besonderes. Kriegen wir das jetzt irgendwie so hin? Dass wir... Ja, wir haben einen Laser und den müssen wir auf drei Empfangsgeräten bekommen. Das heißt, der setzt sich da hin. Und die bewegen sich da. Und wir müssen ja auch erst mal die Laser abschalten. Das wäre, glaube ich, irgendwie geschickter. Dann müssen wir jetzt erst mal die Plattform rüberziehen. Dann müssen wir jetzt auch mal ein ordentliches Stück zurückgehen, damit ich sehe, wo ich hinziehe. Dann warten, bis die wieder zurückkommen und dann zurückschießen. So, die sind da. Jetzt könnte ich ja theoretisch das Portal, ein Portal, hier hinsetzen. Und bleiben ja trotzdem. Was andere Portale setze ich denn da hin? So, dann komme ich hier rum. So, jetzt haben wir das jetzt das und das jetzt das. Dann setze ich jetzt hier den Eingang. Und da den Eingang. Das probiere jetzt. Da komme ich nicht rüber. Gut, mit dem Bärzensprung komme ich wahrscheinlich rüber. Nicht sehr gut rüber. Das Schlimme, das Schlechte ist jetzt, dass ich da keinen richtigen großen Anlauf kriegen kann. Und ich müsste theoretisch noch weiter nach vorne fahren. Hm. Da wäre ja eine Möglichkeit. Also. Wir setzen da hin. Und wir setzen den oberen nicht. Der stellt ab. Wir müssen erst mal da unten einen hinsetzen. Die abstellen. Jetzt müssten wir doch theoretisch drauf springen können. Ja. Gut. So, jetzt lassen wir ihn nochmal wieder zurückfahren. So, jetzt lassen wir ihn da hin. Jetzt lassen wir ihn da hin. Hoffentlich reicht das schon. Ja, könnte reichen. Jetzt setzen wir den. Ja, den setzen wir jetzt wieder runter. Ich komme nicht ran. Ah, ja. Ich muss den erst mal wieder zurückfahren. Ich muss ja auch wieder drauf auf die Safety-Plattform. So, bis heute reichen. So, der bleibt ja jetzt so stehen. Werde ich mir da hier ein Portal hinsetzen. Und wie funktioniert das? Wie ich da hinsetzen? So, das müsste jetzt. Ja, funktioniert. Jetzt muss ich aber genau die Höhe finden, wie wir jetzt verfahren. Ich setze da einen hin. Wie ist denn jetzt hier ein? Er reicht nicht. Der ist zu hoch. Ich muss wieder rüber, zurück auf die andere Seite. Das reicht noch nicht, oder? Nein, das reicht noch nicht. Das müsste jetzt reichen. Okay. Der spricht. Und da rüber? Ich glaube, wir setzen ihn mal hier hin. Was sollte da passen? So. So, jetzt müsste ich... Ja, jetzt muss ich erst mal rüber. Also, ich habe den jetzt angepeilt. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich müsste jetzt hier ein Portal setzen. Kommt dann runter, genau. So. Jetzt setze ich mir das Portal wieder da hin. Okay, immer noch nichts. Und tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Das ist ja geschmolzen. Okay. Das ist jetzt auch merkwürdig hier. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zu linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr beeindruckend. Und von rechts kommt etwas Riesiges auf die Tür. Oh Gott, schnell weg. Das stört ihr gar nicht mehr. Gibt's mir gut da hinten? Warte, ich stelle den Strahler. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Kann ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme töten? Kannst du machen, was du willst. So, jetzt haben wir das Problem, wie beim letzten Mal. Wie kommen wir hier wieder raus? Aha. Jo, du legst mich fett nicht. Was ist das? So, ein whole brainier. Ja, wir werden ihm bald begegnen und hoffentlich erledigen. Ich hoffe es. Ui, du kühle Kugel. Ha, du lebst. Toll. Ich bereite gerade einen Testfuhr für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Ja. Also, wollen wir mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Da, bing. Sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann, nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Mhm. Wir sind bald, bald hier. Okay. Es gibt also Lichtstrahlen, also Energiestrahlen. Da gibt's Speedmasse. 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 Okay, also wir die Speedmasse, die brauchen wir auf jeden Fall. Den können wir mit denen aktivieren und den brauchen wir dann ganz gut. Drücken wir erstmal drauf. Was? Okay. Ah, das ist klar. Die aktivieren die Beine. Das bringt ja jetzt auch nichts. Aber wie krieg ich den jetzt da runter? Vielleicht landet er ja einmal so, dass ich direkt auffangen kann. Das kann lange dauern. Gut, das ist jetzt wieder sowas, wo man ein Hubus kriegt und zwei Schalter hat. Wir brauchen aber das Zeug. Aber wir können jetzt ja theoretisch... Ich muss mir kurz mal was angucken. Ja, das dachte ich mir. Das ist jetzt auch so ein Ding. Da ist eine Rampe, aber wir haben nur eine weiße Fläche und das ist da. Nicht hier. Wenn man so was weißes hätte, diese weiße Masse, dann würde es funktionieren. Das ist jetzt gerade. Das Ende ist sehr, sehr knifflig. Das ist so ein Einfaches, echt anders. Ja. Das bringt uns gerade auch nichts. Wir brauchen den. Jetzt gerade am Ende regt mich das tierisch auf, dass das alles so sehr schwer wird. Wir müssen irgendwie auf die Plattform kommen. Aber es gibt keine Möglichkeit da jetzt irgendwie rauf zu kommen. Ich hab den ja auch nicht so abgefangen, weil das eigentlich zu hoch ist.